Und hier, Leise, das wäre, was man dafür mit den Seller passiert. So, Tonie zelfs. Tonie zelfs. Was ist dein Podcast? Doch, kein Wissner. Tonie zelfs war ich schon lang. Nein, Gott. Moment. Immer wieder. So, Tonie zelfs. Wir werden jetzt, werden jetzt dann so ein bisschen issen. Und ich bin ein Bier und dann gehen wir mit, wie immer noch. So ... ... und eben sagte jetzt, was beim Bedienen, beim Bedienen, beim Detonрем, Das ist das Allerwichtigste. Erstens, nicht dran verkaufen. So, grüßt euch die Herrschaft. Darf ich schon was bringen? Jawohl, was bringen. Also, so wie ihr zwei ausschaut, möchte jeder von euch ein paar Weißwürste. Weißwürste, ja. Brötzke zu. Einen 17. Und eine halbe Bier, oder? Eine halbe Bier, weil man auch hat, das ist sehr wichtig. Sehr richtig ist das. Jetzt kommt das Allerwichtigste. Gleich. So, das macht dann für jeden von euch 2,15 Euro, gell? Drück gleich, hab ich schon eingetreten. Mach ich schon. Zahle ich schon. Zahle ich schon. Alles schon. Vorsicht, danke. Wirklich gleich, gell? Top. Top. Also, das mit dem Riegelrosen, das verstehe ich ja. Aber das mit dem gleich abkassieren. Vielleicht wollen sie ja später nochmal was. Gut. Ah. Halt mich. Schick. Gut. Oh. Huch. Siegst jetzt, was ich mal? Ja. Ja und jetzt? Ich hab jetzt schon so gedacht, es ist was bestellt und Zeit hab. Weil, scheiße ich nicht. Einen guten! Einen guten! Ewig schade!